Wer sich da das letzte Mal schon gewundert hat, was ist denn das für Zylinder da? Das ist ja ein Haufen von Rechtecke. Also, machen wir da ein neues, alles weg. Wenn ich da hergehe und sage, mache ein Zylinder, verdiebt. Durchmesser ist 20, Höhe ist 30, äh 5. Dann habe ich da meinen Zylinder. Und dann sieht man schon, der ist eckig. Aber man sieht, das sind lauter Rechtecke. Und man kann sich sicher vorstellen, ich weiß jetzt nicht wie viele Ecken der da hat, aber wenn das mehr sind, dann muss der Computer natürlich auch mehr solche Rechtecke ausrechnen. Und das kostet Rechenzeit. Das heißt, das geht einfach schneller, wenn man da die Standardeinstellung lässt. Weil ich weiß ja eh, das ist ein Zylinder. Ja, so rechnet der Computer schon mit einem Kreis da drinnen. Wenn ich das jetzt aber doch irgendwie gleich sehen will oder nachher beim Rendern genauer haben will, dann gebe ich da drinnen etwas an. Das ist mal das Erste, was wir heute lernen. $fn. Das steht für Fraction Number, also wie viele Teile das hat. Ist gleich. Und jetzt sage ich da mal 100. $f5. Und schon ist das da viel feiner. Ich kann natürlich auch sagen, $1000. Dann sehe ich da nichts mehr. Aber man muss auch wissen, $1000 ist jetzt bei dem Zylinder recht schnell gegangen, weil da sonst nichts da ist. Aber ansonsten bremst das da die Rechner schon. Teuflisch aus. Und $1000 nutzt mir nichts, weil der 3D-Drucker kriegt das auch gar nicht zusammen. Da 100 ist einmal 100 oder vielleicht 150 geht auch noch. Das ist einmal ein guter Wert. Jetzt mache ich da gleich einen zweiten Körper. Nämlich eine Kugel. Und da ist immer lustig, wie heißt denn Kugel auf Englisch? Ball sagen dann noch viele, aber das ist ja der Ball. Die Kugel ist eine Sphäre. Und bei der Kugel muss ich natürlich auch was angeben. Nämlich den Durchmesser. Brauche ich gar nicht. Da schreibe ich einfach 40 rein. Ups. 30. Das ist also der Radius. Geht da Durchmesser auch? Natürlich. So, jetzt habe ich da den Durchmesser. Und jetzt möchte ich das auch etwas feiner haben. Dann schreibe ich da halt auch hin. $fn ist gleich 150. Ausrechnen. Ups. Was hast du gemacht? Paragrafenzeichen. $. So. Und wenn ich das jetzt für weitere Arbeiten einfach wieder ändern möchte, dann muss ich halt da hergehen und sagen, okay, machen wir da 50 und dann machen wir da auch 50. Und wenn ich da jetzt mehrere solche Körper schon habe, dann verliere ich mich irgendwann einmal. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit im OpenWask hat, dass ich einfach sage, ich nehme da eine Variable. Und die deklarieren wir dir am Anfang einmal. Und dann ist immer die Frage, wie nenne ich das Ding? Mir fallen da oft dann mehr die deutschen Namen ein, obwohl das Ganze da in Englisch ist. Aber man könnte es genauso gut in Englisch schreiben. Man könnte einfach Buchstaben nehmen. Völlig wurscht. Also ich nenne das dann immer $fn oder so. Wie $fn ist die Auflösung? Ich weiß jetzt gar nicht, was das auf Englisch heißt. Und das nenne ich jetzt einfach einmal $150. Strichpunkt. Fertig. $fn. $fn. Ich brauche also, wenn ich da jetzt weiterschreibe bei jedem Objekt, einfach nur mehr $fn ist gleich fein hinschreiben. Und wenn ich es dann irgendwer anderes haben möchte, was ich sehe, wenn ich es jetzt 20, dann sieht man es gleich deutlich gröber, dann sind alle Körper da auf einmal geändert. 50 ist so unsere Standeneinstellung, das reicht. Also, haben wir jetzt da die Feinheit oder die Genauigkeit kennengelernt und die Kugel. Jetzt habe ich die zwei genau verkehrt dran. Weil wenn ich jetzt sage, difference. So, die zwei sind es. Falsch. Der zwei ist es. Da kommt mir jetzt etwas Falsches raus. Weil jetzt tue ich vom Zylinder die Kugel abziehen. Und was dann passiert, das schaut so aus. Da habe ich jetzt so einen hohlen Boden da unten. Eigentlich würde ich das genau andersrum machen. Also muss ich die zwei Sachen einfach nehmen. Steuerung X ist da ausschneiden. Und da vorne einfügen. So, und jetzt habe ich da das Loch im Zylinder. Und letztendlich hätte ich da jetzt irgendwie einen Knopf, den ich wo drauf stecken kann. Kann ich zwar so nicht gescheit ausdrucken, aber jetzt sei es einmal da hingestellt. Okay. Da werde ich jetzt natürlich auch wieder Platz zum herumprobieren. Und einfach einmal schauen, wie kann ich denn das machen. Dass ich zum Beispiel habe eine Halbkugel, die innen hohl ist und eine Wandstärke hat. selber probieren. Und dann erst in der Lösung nachschauen. Okay. Ja, also wie würde ich das machen? Ich würde wahrscheinlich einmal zuerst sagen. Ist mir weg. So. Ich mache eine Kugel. Dann nehmen wir Radius ist gleich. Was lassen wir sein? 20. Nehmen wir das gleich dazu. $fn ist fein. Zack. Da ist sie. Dann mache ich. Cube. Dann muss der Würfel natürlich 40 haben, gell? Center is true. Und den muss ich aber translate. Und zwar in Z-Richtung um 20 grafischen. Kogel minus Würfel. Difference. Geschwungene Klammer. Geschwungene Klammer. Und schon habe ich da meine Halbkugel. Das könnten wir ineinander schachteln. Das könnten wir ineinander schachteln auch. Dass ich hergehe und sage, ich mache da eine zweite Sphäre. Und da sage ich R ist. Lassen wir es 15 sein. $fn ist fein. Dann ist sie schon da. Schauen wir uns das feiner an. Ich schaue das aus, wenn wir das mehr machen. Dünnerer Rand. Passt. Halbkugel ist fertig. So leicht war das. Und was ist, wenn ich die Halbkugel jetzt nicht so brauche, dass das in der XY Ebene ist, sondern in einer anderen Ebene ist? Ja, ich kann da Figuren einfach rotieren auch. Da sage ich einfach Rotate. So. Und zwar das Ganze. Wir rotieren das um die X-Achse. Einfach um 90 Grad. Und dann ist sie da. Ich kann es jetzt zusätzlich auch noch um die Z-Achse um 90 Grad drehen. Dann haben sie da. Das müssen auch nicht 90 Grad sein. Das können auch so 40 Grad sein. Wie man es gerade braucht. So. Das war jetzt wieder viel für heute. Wir haben also das $FN kennengelernt. Wie man die Teilung ein bisschen erhöhen kann. Dass das feiner aufgelöst wird. Wir haben die Kugel gezeichnet. Wir haben eine Hohlkugel gemacht. Wir haben eine Halbkugel gemacht. Und wir haben das Ganze rotiert. Wieder was gelernt. Viel Spaß beim Herumprobieren. Bis zum nächsten Mal.